Und da sind wir auch schon wieder zu Sea of the Awakening. Ich sitze hier weiter fröhlich mit Schalkuscheltier und Ingwer-Tee. Und unterhalte euch trotz meiner Krankheit. Bin ich nicht aufopferungsvoll. Ähm, nein. Also. Ich danke fürs Einhalten und... Ja, wir... Ich bin weiter verwundert, dass wir so weit kommen in die Runde. Strength, strength. Stärke, 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 Stärke. Bisschen vorrücken. Okay. Ah ja, natürlich. So, auf habe ich jetzt auch so ein neues Freundchen. Da. Big Training Shot. 6. 5. Was kann der hier? 6 Schaden. Ne. Eigentlich ist sein Schwert gar nicht mal so schlecht. Traurig, aber wahr. Weil es halt 5 Rüstung hat. 5 und 6. 5 und 6. Was ist denn das? Ah, ja. Ich erinnere mich. Aha, aha, aha. Besser das Schild, besser. Er hat schon recht gute Rüstung an, tatsächlich. Was haben wir denn noch alles, was ich mir so... Oh. Oh, 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 oh. Zu schwer. Ja, weil auch das Schild übelst schwer ist. Wie wäre es denn, wie wäre es denn, wie wir einfach eine Zweihandwaffe in die Hand drücken. Und eine... So. Oh, 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 ist das schön. Ähm. Aber ich finde das Aussustungsfall nicht so toll. Er kriegt erst mal ein bisschen Gathering. Damit er zumindest hilfreich sein kann. Und dann... Ja, dann bleibt bei dem... großen Übungsschwert mit dem kleinen Schild dazu. Also, geht nicht. Sechs und fünf Schild. Na, dann lassen wir das erstmal so, würde ich sagen. Sieht ja ganz ordentlich aus. Und dann noch mehr Gathering & Craft. Das können wir ja jetzt erstmal hier auch jedem fast ausrüsten, weil... Wer war denn die Sammler nochmal? Sie war das glaube ich, die die ganze Zeit Sachen schleppen muss. Wie doof. Ich darf erst mal ein Buch mit sich kommen tragen. Study in this Gathering. Ähm, schau mal voll schnell nach. Was ist denn der Sammler? Ja. Ja, das war schon... Der Typ, wo ich immer das Gefühl habe, er hat alles an Schwobbelkleidung an. Und zwar zu nennen. Glaubst du das hier dazu? So. Und dann hier noch einen. Da noch. Viel zu viele davon. Ähm. Jetzt hast du tatsächlich eine gute Chance Sachen zu sammeln. Hübsch hübsch. Ach komm. Ich muss hier jetzt auch noch ausrüsten. Du weißt. Miselav. Du hast auch noch nichts. Aber er hat tatsächlich gar nichts. Der andere kam ja anscheinend mit Ausrüstung schon dazu. Aber er hier... Der denkt sich einfach so so... Nee. Nee, ich kämpfe grundsätzlich nackig. Ähm. Dementsprechend... Wir hatten zwei davon. Ludmilla. Ich gebe ihm mal einen ab, damit er hilfreich sein kann. Und... Wir hatten ihn mal für eine Waffe. Zweihandmonster. Joach, nicht. Ja. Funktioniert hier nicht. Was hat das für eine doof Idee? Okay. Ein bisschen Gewicht kann er noch tragen. Was kriegt er denn da noch Fröhliches? Ähm. Halskette und sowas haben wir ja nicht. Ah, das hier. Okay. Geht nicht. Es ist zu schwer. Kann er vielleicht den Hammer tragen? Diesen kleinen noch? Nee. Na gut. Wir belagern hier schon das Dorf ziemlich. Und wir räumen hier mal das Binnenlager auf. Na stimmt, da sollten wir mit ihr reden. Das können wir jetzt ja auch mal machen. No risk, no fall und so. As you approach the place shown by the Dwarf, you see a girl sitting on a large rock, frantically looking out into the distance. Approach. When she sees you, she runs over without a second thought for her own safety, and speaks with a voice so soft and melodic, you cannot help but listen. You... You look... Well, I guess you look like... You can handle some ruffians, right? What's the matter? I had four children. My... Nieces and nephews, yes. I was going to take them home, and I was set upon by a band of Orcs. They took the poor little ones. Oh, what will I do now? You had four children on your own out here? Why? I was on my way home. It's not too far from here. And we thought we were safe. Now there is no time to chat. We must find them now. And I would help. Only I am so weak. These Orc brutes have surely harmed my little ones. Oh, please help. Fine, I will go and find them, but only if you agree to go out with the Dwarf afterwards. Deal? Go out with the Dwarf. What are you talking about? There are children at stake here. Yes. Yes, I will do as you say. You must go now. I will mark on your map where I last saw them. Hurry. We are so weak. We are so weak. We are so weak. We are so weak. Today was a good harvest day. And some of the village folk even managed to brew some Samogon. A strong spirit not for the weak. Oh, come on. We are so weak. The Samogon kicks in like a speeding troll ramming itself into your head. Is ja langweilig sonst. Dieses Dorf ist unverbundbar. Ich sollte mal wieder Leute auf der Expedition schicken. Das ist einfach so klasse, wenn wir halt da... Oh, das Dorf wird angegriffen. Was nehmen wir? Ähm... Wir setzen zuerst jemand mit recht viel. Ups. Ne. Hallo. Aua. 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 What the fuck? Äh, ich nehme es zurück. Das Dorf ist doch nicht gut verwundbar, weil ich... ... er stellt keinen ziemlich aufs... Oh, okay. Du stellst dich jetzt einfach mal hin, um Schläge abzufangen. Okay. Ja gut, das passt. Der... Jetzt haben wir gewonnen. So viel Schaden können die nicht haben, um das auszugleichen. Oder so viel Leben. Oh nein. Oh nein, er boostet. Woher es hier ist, ist das kein Lebensmittel. Es ist, dass er ein wenig mehr fendet hat... Und er ist nicht nur ein bisschen mehr aufgesp -... ... das ist natürlich praktisch. Da könnte ich sie mit diesem Versatz bringen, dann früher anzugreifen. Oder nach... Ja, verdammt, hier hätte mich in Counter-Tactik einsetzen müssen. Auf Stufe 6 hätte ich eine Chance gehabt, was zu erwischen. Aber hey. So. Sie wird gepiekst. Sie kämpfen ja gerade um die Vergiftung und versuchen sich zu wehren. Das läuft nicht so ab, dass da irgendwelche Frieden ist. Ist das einfach Stärke in Nummern? Sie hat den Dämonen verletzt und herausgefunden, dass es sein Körper in preciose Steine verändert hat. Ist das nicht schön? Ich habe noch keine Möglichkeit, ein Mikro zwischenzumuten. Also sie hat keinen Shortcut. W-w-wait, was? W-w-wait, was? You're the one kidnapping kids, right? Surely you know that Rasalka is a devious temptress, always seeking to deceive and bait the living. Children are a favored prey among the demonkind. We've learned this the hard way during the long night. Yeah, we have heard of Rasalka before and yet this one seems very sincere in her police. But how will you know that woman was one? Real pretty, long black hair. Looks kind of wet all the time. Her voice is all sweetness and yet she's on her lonesome, out here. Wearing nothing but a skimpy dress to barely cover her bosom. Sounds about right? You ever wonder how something that fragile wasn't even a tad scared of you? Okay, now you mention it, it must have been Rasalka. Well, there you have it. So what now? We're not giving you the little ones. They're coming home with us. Are they orc children? Why? Does it make a difference? You think we kidnapped them, but if they're orcs, then whatever. Never. Nope. Just if they're orcs, they may be yours to begin with. They are neither. One is either a very ugly human or a wee goblin. But in any case, I ask again, what of it? Well, if they just don't use them, we think we can take better care of them to give them to us. Why does the bear in the Social Challenge play with us? Well, I'm afraid... I'd have to put a problem with that. Okay, I need to start ahead. I need to start. Counter-Tactically. Great, there's nothing. Oh nice, I have the saved. Hübsch, hübsch, hübsch. Ich brauch dich leider für den Schaden, sonst würde ich das. Fünf Schaden machst du nicht mehr, das würde ich ja. Ah, ne neue Investition. Shield L.A. Mal schauen, was die Gegner jetzt noch gibt. Okay, ja, nichts, auch hübsch. Na, warum ist die Gegner? Ich hoffe, dass die Gegner... Okay, da geht's natürlich gar nichts. Letzte Chance für den Gegner. Ich fürchte ja, dass sie jetzt mal... Daddy's love to cloppen. Aber deswegen nimmt man jetzt sozialisch die Kampsche. Entschuldigung. Ah, stimmt. Jetzt kommt dabei aus. Nur um das anzumächt'n, das brach nicht ich. Das ist echt das Kürze. Das ist echt das Kürze. Boah. Ja, verdammt. Das zieht hier nicht. Sie haben... 20, 25 Leben. Ich schmeiß sie jetzt mal dazwischen. Weil sie auf keinen Fall sterben darf mit ihren 3 Schaden. Die brauche ich noch. Eigentlich dürfte ja auch nicht sterben. Aber er hält's für Angriff von mir tatsächlich aus. Blablabla. Wischkei kann ich reden. So, jetzt kommt der Infrater. Hübsch. I suppose it may be better for those little ones to live among other softies My clan is hardened and always on the move It would not be an easy life for them Here, take them But if I ever hear harm came to them I swear on my honour you will be punished Also, I'll give you some red ribbon It wardes off many demons And the one you met is particularly scared of it So take it to keep the little ones safe With these words, the orc female saluted you And stepped back into the shadows While her men brought forth four children And some red string Okay So, let's bring the Rusalka again I think we should also kill the Rusalka As you make your way down a path You hear some voices around a corner You stop to listen in Shit, Gareth Your legs are all messed up Like serious like Oh no, oh no I'm gonna gag I can see your bone For Horus' sake, Piglet Don't tell me that Now I'm going to faint or something Just hold on, man Hold on As you peek from around the corner You realize the two voices belong to Goblins One of them lies on the ground With his lower body covered by rubble The other sits crouched by his friend Desperately trying to dig him out But as soon as he moves any rocks They shift Hurting the fallen Goblin even more I think we're helping them You two seem to have a spot of trouble in your hands The uninjured Goblin almost jumps in joy Seemingly forgetting any potential danger from your party Yes, yes, good sirs, please help us, please He cries out Satisfied there are no other dangers lurking Your group tries to assist the fallen Greenskin With the help of the tools It should be easier But you'll need to put your back into it Do your best Oh my god, have you done it I could have done it Gletsch him by the way And then Let's see Oh no Nein Du schlägst mir nicht vor, mein Viecher zu Oh nein, nein, er ist da Truff Immer feste Truff Immer feste Truff Das heißt, wir heben jetzt einfach alle gemeinsam das Ding hoch. Und ein paar Werkzeuge natürlich, aber wir heben es halt. Your men use their tools to take out the goblin safely. He is wounded, but not critical. With some first aid, his friend should be able to take him home safely. Your medic is able to stabilize the goblin without any trouble. The medic patches up the goblin, and it looks like he will live. His friend is overjoyed. Thanks to your friends. Thanks to you so much. I won't lie in when I say I don't have much, but you guys like really helped us out. So I got something more. Me and the sickly kid here, we were out scouting, and we found something real interesting. Just be careful, like, okay? There'll be some trouble there, for sure. Was denn das Hübsches? Ein Mark-Mohnstein. Oh, schön. Danke. No problem. Und Sengs, be careful on your way home. Wie alles immer direkt neben unserer Basis aufpoppt. Nein, was ist denn? Hübs. Egal. You hear a strange commotion coming from the nearby bushes. A sort of cross between a squeak and a deep grumble of a salivating dog. As you approach, you see a weird-looking brown ball of disheveled fur, with big yellow eyes staring back at you. The creature is no bigger than a fox, and has bat-like wings, a snarly smile with a range of sharp teeth, and it smells badly. It is apparently stuck in some hunter's trap. You recognize the trap to be orc-made. Examine and further. After a closer examination, you realize this may be a skshak, a relatively harmless house demon, who usually settles inside a household, and, if treated right, brings good fortune to its housemates. I don't call it. You approach the trap carefully and gently dismantle it. Right, I'm gonna let you go, little fella. Just don't go all monstrous on us now, okay? The creature nods frantically, still squealing from the trap digging into its little body. You release the skshak, and as you do so, it tries to hobble away from you. After a few steps, it stops, looks up, and squeaks before speaking up. Are you going to eat me? No, of course not. Oh, I am thanking you. I speak your speech not well, but I try to tell you. Weak is my body. I smile as I join Mokosh in the dirt soon in peacefulness. Thanking you, friends. Your tongue calls me skshak and house demon. Funny names. And so, I am both and none. But I tell you now of a house, because you're friends and good, and I warn you. Once there was a house, and there was joy and laughter. Once it was a place of magics and yummy foods. Then the darkened time came, and no longer a demon I was, no longer helped my mistress. I cried as my eyes looked on her evil. No longer, my lady. No more joy. All sad and angry and dead, but not gone, or alive, but not living. I tell you the house, because you helped me from the nasty trap, you good people. So please help my mistress now. Free her from her trap, and she may be dirt with me, and stop her bad, bad madness. The creature falls onto the ground, clutching its stomach in pain, and before your very eyes, it begins to disintegrate into dirt. With its last breath, it goes on. Beware, friends. She eats. She's crazy. Got treasures. Set her free. The skshak is gone, and all that is left is a scrap of paper with a badly drawn map on it. And the army. As you make your way through the terrain, your herbalist spots an area where you can harvest some good herbs. They grow inside a hollowed tree. Your herbalist carefully picks the right herbs, while the rest of the men keep a wary eye out for trouble. You already picked some of the herbs, but you notice that there is a larger patch further down the path. Nein. 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 Ich mag keine Spinnen, und ich mag vor allem keine Überraschungsspinnen. Das ist das. Problem. Komm her. Du musst mal reden. As you approach the place shown by the dwarf, you see a girl sitting. The russalka smiles at you, and for a moment, all you feel like doing, is staring at her. Then, you remember your purpose. Worry not. I am not Baba Yaga, nor the Lady Midday to feast on Childflesh. I nearly take these young ones, so that they may join me and my sisters, and be young and beautiful forever. Okay, she macht das Ding auch, wie Sarkis. Sie scheint ja in Ordnung zu sein. Also, sagen wir es so. Oh, sie hätte ja jetzt auch einfach uns anstatt den kleinen Kindern angreifen können. Oh, sie sind eigentlich Dämonen, verflucht zum ewigen Leben. Ich weiß nicht. Okay, wir geben ihr den Kinder. Einfach nur aus dem Grund, dass Kinder bei mir in der Sätzung eh immer sterben. Und bevor jetzt der Drache frisst, die Orks töten, die Ratten klauen, kann auch sich im Übrigen. Excellent, I assure you, these girls will grow to become magnificent. Now, a deal is a deal. I will go to the Dwarf and, how did you call it, go out with him? Yes, I will do that. Go out and tell him to burn that awful red string in his furnace and have a lock of my hair to prove that you spoke to me. So, und jetzt hoffe ich einfach, dass die Orks das Licht mitbekommen haben und mir bald ihn verpacken wollen. Das wäre hier nämlich sehr unschön. Oh, ich kann mir hier noch ein bisschen was zu essen und abonnieren, wenn wir schon da sind. Ich wünschte, es gäbe einen Shortcut für die hier einsetzen, die doppelklicken und dann sind die ja schon da. Das würde mir viel Glück ja weitersparen. You decided to build a new house in the village to improve your lifestyle. The construction is going well, or so it seems until the whole thing collapses on your workers. Naja, ich muss dir gerade die einschenken. Ich habe vergessen, nichts zu machen. Ich werde schon gebeten, dass die Götter das für uns regeln. Entschuldigung. Ähm. Opponent's turn. Oh nein. Was, was sollen wir denn da tun? Wir sind wachtlos. Aaaaah. Physical Challenges sind tatsächlich bisher eine der leichtesten Sachen. Einfach weil es jeder im Level Up ist sehr häufig, dass die Leute für sich das kriegen wenn ich nicht enttäusche. Dementsprechend ist das sehr praktisch, ja. Muss man so zu formulieren. Ähm. Kann ich denn mit Video-Untertitel nutzen? Ähm. So. 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 So.